hallo liebe abonnenten und nicht abonnenten liebe zuschauer und zuschauerinnen und zwar haben wir hier fast ein meilenstein erreicht auf meinem kanal und zwar werden wir zum jahreswechsel von 2015 zu 2016 werden wir auf jeden fall die 300.000 aufrufe marken knappen und zwar mit 379 abonnenten und 300.000 ist für ein hobby youtuber der drei nur privat macht für sich selber 300.000 eine richtige krasse fette marke so und das soll nicht ein thema sein auf jeden fall wollte ich euch alle einen super guten rutsch wünschen ja viel erfolg 2016 viel gesundheit und ja lange weder kurzer sinn ich wünsche euch allen einfach viel spaß und ich hoffe wir sehen uns im neuen jahr wieder und ja ich wünsche euch allen viel spaß und bleibt gesund und viel erfolg rein bis dann